Ich bin Marco Lutz. Ich bin Rolf Jaggi. Wir sitzen in der Sauna und schwitzen und denken an früher. Früher war es etwas äther, schwitzen und rasen. Lieber geniessen wir heute die Sauna. Wir haben ja hier eine FCB-Sauna. Wir müssen wirklich geniessen. Marco. Es ist besser für die Knochen. In der Sauna bricht man sich nichts, verstaucht sich nichts. Und trotzdem wahnsinnige Leistung, 100 Jahre FC. Gratulieren. Bombastisch. Herzliche Gratulation. Du bist schon seit 50 Jahren in meinem Herzen. Auf die nächsten 100. Hoppe FC Betzig. Ciao.